Willst du mit uns auf Weltreise? Füge deiner Schönheit noch mehr Glanz hinzu. Lerne unsere speziell in der Schweiz entwickelten 3D-Seidenwimpern kennen. Unsere Wimpern geben dir mit ihrer seidenen Struktur einen natürlichen Look. Egal ob du deine Alltagsklamotten oder deine auffällig eleganten Abendkleider trägst, du kannst sie immer tragen. Die Wimpern sind zudem sehr leicht anzubringen. Es spielt keine Rolle, ob du eine Brille trägst oder nicht. Die Wimpern belasten deine Augen keineswegs und können bedingungslos getragen werden. Dank ihrer flexiblen Struktur nehmen die Wimpern von AmyBeauty die Form deiner eigenen Wimpern an und sorgen für ein rutschfestes Tragen im Alltag. Es gibt sieben verschiedene Wimpernmodelle, die sich für jede Wimpern- und Augenstruktur eignen. Außerdem müssen Friseure und Visagisten nicht mehr an einzelnen Wimpern herumwerkeln. Das Modell Istanbul wird von denen bevorzugt, die einen natürlichen Auftritt für den täglichen Gebrauch erzielen. Das Modell London sorgt mit ihrer dichten und langen Struktur für Aufmerksamkeit. Mit dem Paris-Modell haben wir auch etwas für Liebhaber langer Wimpern im Alltag. Mit dem Modell Zürich sorgst du für einen natürlichen Look. Wer gerne Abendkleider trägt, dem wird das Amsterdam-Modell besonders gefallen. Mit dem New York-Modell bereitest du dich mit deinem Abendkleid auf die ganz besonderen Anlässe vor. Wer Aufsehen erregen möchte, ist mit dem Berlin-Modell ihrer langen sowie dünnen Struktur gut aufgehoben. Worauf wartest du noch? Hol dir deine beeindruckenden Wimpern. Deine Bestellung kannst du gerne über Instagram aufgeben. Lass die Schönheit deiner Augen hervorstechen.